Auf der diesjährigen IAA in Frankfurt präsentiert Land Rover den Range Rover Evoque auf der Urban Adventure Tour. Selbst bei den nassen Wetterverhältnissen absolviert der Range Rover Evoque diese Anforderungen achselzuckend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017